Herzlich willkommen zum Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV. Droht den Big Five Ungemach? Diese Frage stellt sich in diesen Tagen, denn wie verschiedene Medien berichten, will die Aufsicht in den USA die Marktmacht von Facebook, Google und Co. untersuchen. Was kommt da möglicherweise zu auf die Fangaktien? Genau das wollen wir heute besprechen wieder mit Volker Meinl von der BNP Paribas. Herr Meinl, wie bewerten Sie denn die jüngsten Gerüchte rund um den Tech-Sektor in den USA? Ja, das ist natürlich ein schwerer Schlag gewesen für Facebook und auch für Alphabet. Und es geht da um angebliche Klagen und was unter anderem die Monopolstellung betrifft. Aber auch bei Alphabet um die Auswahl der Suchergebnisse, also sprich bei Google. Und es hat die Aktien natürlich auch schwer getroffen, ging kräftig nach unten und hat den kompletten Tech-Sektor mit nach unten geschoben. Nun muss man natürlich abwarten, solche Prozesse, die können ewig dauern. Und wir haben auch mit einem Experten gesprochen, der verweist zu Recht auf Microsoft, die vor Jahren ja einen ähnlichen Prozess hatten. Und das hat lange hingezogen und hat am Ende auch keine großen Auswirkungen gehabt. Was viel mehr noch trifft im Tech-Sektor ist, dass man den Zugang zu China eventuell verlieren könnte, so als eine Art Gegenreaktion. Und das ist insbesondere, wenn wir an Apple denken, natürlich ein harter Schlag, die ja in China auch viel produzieren. Und wenn so etwas passiert, dann kann es die Tech-Aktien ja doch kräftig treffen. Und das bleibt abzuwarten, was hier die nächsten Schritte sind, was für Konsequenzen das haben wird. Anleger im deutschen Aktienmarkt nehmen die Meldungen aus den USA erstaunlich gelassen hin. Im Gegenteil, der DAX kann heute sogar wieder ordentlich zulegen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe hierfür? Ja, das kann er. Und das, obwohl heute Morgen es ja erstmal nach unten ging. Und wenn man den Tagesverlauf anschaut, dann ging das dann wie ein Strich nach oben. Mittlerweile sind wir mit 1,4 Prozent im Plus bei knapp 12.000 Punkte beim deutschen Aktienindex. Ja, eine treibende Kraft sind durchaus die Zinssenkungen, die anvisierten, die gegebenenfalls von der FED anvisierten Zinssenkungen. Man spricht sogar von drei Zinssenkungen. Also derzeit sind wir in einer Range von 2,25 bis 2,5 und haben bei drei Zinssenkungen, gehen wir dann eben auf 1,5, 1,75 und zwei eventuell noch in diesem Jahr 2019. Das natürlich immer auch abhängig von der Konjunktur. Aber diese vermeiden oder die potenziellen Zinssenkungen, die sind natürlich Musik in den Ohren von Börsianern. Und entsprechend geht es nach oben beim deutschen Aktienindex. Und das, obwohl es gar keine Impulse von der asiatischen Seite gab. Und mal schauen, wie die Amerikaner reagieren. Große Gewinne, zumindest bisher am heutigen Handelstag, sind vor allem die Autobauer. Weshalb sind denn heute Daimler & Co. plötzlich wieder so stark? Ja, sind sehr stark und zwar durchwächst. Wenn wir auf Daimler, VW, BMW, auf alle Einzelaktien, auf alle Einzelautoaktien sind sehr stark. Und das ist kein Wunder, wenn man von Flensburg beispielsweise hört, was die Pkw-Neuzulassungszahlen betrifft. Hier reden wir wirklich von einem Plus von Zage und schreiben 9% an Neuwagenzulassung in diesem Jahr, im Mai 2019 im Vergleich zu Mai 2018 9% zu und allen voran ein SUV. Und im Gegensatz zur vermeintlichen Stimmung ist doch der Elektrowagenabsatz nicht so entsprechend hochgegangen. Aber unterm Strich, wie gesagt, 9% und das ist etwas, was wahrscheinlich gegen die Erwartungen spricht. Und so etwas erfreut natürlich die Börsianer und erfreut Autoaktienbesitzer. Und abschließend wie immer noch die Frage, welche Werte, welche Produkte standen zuletzt bei Ihren Anlegern im Fokus? Naja, wir haben den DAX oben mit einem Mini-Long-Schein mit so über 20er Hebel, der auf der Kaufseite sitzt. Verkauf ist in letzter Zeit ja immer wieder eine Wirecard-Aktie, die unter den Top 3 ist. Diesmal reden wir über ein Unlimited Long, das heißt, die Anleger verabschieden sich von der Long-Seite immerhin ein 15er Hebel. Und als drittes Produkt bei den Top 3 ist ein Silber, in dem Fall auch Unlimited Long. Hier gehen viele Trader rein und auch gleichzeitig wieder raus. Silber ohnehin, Sie haben es wahrscheinlich beobachtet, zuletzt sehr volatil, viel volatiler als natürlich der große Bruder des Gold, der Goldpreis. Und deshalb gerade Silber für Trader, sehr interessant, heute rein raus mit einem Hebel von Hilfe. Volker Meindl von der BNP Paribas, vielen Dank nach Frankfurt. Danke Ihnen, tschüss. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn das heißt, Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV.